Ja, Hege, jetzt gucken wir erstmal auf das, was heute war und das auch mit einem sehr modernen Technikum, nämlich dem Fotoapparat. Den hat nämlich ein Zuschauer eingesetzt, und zwar Thorsten Brehme in Harz-Garode. Hier sieht man klassisches Wetter von heute. Zum einen hier so eine Ambosswolke, also Schauer und Gewitter, zwischendrin mal kurze Sonne. Dann sieht man hier angedeutet schon Mamatuswolken, also es gab heute immer mal wieder Schauer, einzelne Gewitter zwischendrin, aber auch kurze sonnige Abschnitte. Und das Satellitenbild oder der Satellitenfilm, der sah aus wie ein Streuselkuchen. Es wird nämlich auch nass weitergehen, Gott sei Dank, weil gerade jetzt im April braucht die Natur unglaublich viel Wasser, weil alles wächst und grün. Und Sie sehen, da kommt jetzt erstmal morgen wieder neues Nass, dann mal eine kurze Pause, Donnerstag einzelne Schauer und in der Nacht zu Samstag, also Freitag. Da liegt es nämlich schon über Frankreich. Da kommt ein neues Tiefdruckgebiet zu uns hereingezogen. Und auch diese Wettervorschau ist natürlich neueste Technik, dass man so weit nach vorne gucken kann, was zumindest nässetechnisch passieren wird bei uns in den nächsten Tagen. Es bleibt nass und die Temperaturen steigen langsam wieder ein bisschen an. Sie sehen an der blau gestrichelten Linie, das ist das, was jetzt zu erwarten ist, quasi so Anfang Mitte April, 14, 15 Grad, Beispiel Magdeburg. Da bewegen wir uns immer drum herum und Anfang nächster Woche wird es etwas wärmer. Das heißt Temperaturen auch wieder von 18, 19 Grad. Jetzt in der Nacht breitet sich aus Westen her Regen aus, beziehungsweise aus Südwesten. Der zieht dann morgen im Tagesverlauf weiter nach Osten und Nordosten. Zum Teil gibt es auch wieder kräftigen Wind, den gab es auch heute schon im Westen, vor allen Dingen mit den Schauern und Gewittern. Im Laufe des Nachmittags lockert es dann morgen von Westen her auf, gibt noch einzelne Schauer und Gewitter. Und auch mit den Schauern können sehr starke Windböen dabei sein. Ziemlich trüb bleibt es dann vor allen Dingen noch so Richtung Vorpommern und Südosten Bayerns. Die Temperaturen, da wo es anfangs klar ist, gibt es Minuswerte. Ansonsten 5 bis 9 Grad morgen Nachmittag Höchstwerte von maximal 12 bis 17 Grad. 17 Grad mit leichtem Föhn am Alpenrand. Donnerstag ab und zu Schauer und am Freitag dann vor allem nach Westen in mal längere Zeit trocken mit Sonne.